Ich mag es gerne, wenn meine Arbeit eine freudige Stimmung erzeugen, wenn die Leute Spaß daran haben, das anzuschauen und wenn ich es in eine andere Welt ein bisschen entführen kann, so in meine Welt. Ich bin Caro, ich bin Designerin aus Mannheim, ich wohne hier in der Neckarstadt-Ost seit vier Jahren, bin aber schon seit elf Jahren hier in Mannheim. Ich bin kein Mensch, der am Anfang ein Konzept braucht, mich schränkt es total ein, ich mag es erstmal ganz frei und scribble einfach mal alles runter, alle Ideen, die ich so habe und suche mir dann die Besten raus und arbeite die dann aus. Es gibt verschiedene Bereiche, wo ich meine Inspiration hernehme, zum einen finde ich minimalistische Architektur total interessant, ansonsten Art Deko finde ich total super, diese organischen Formen, ich finde es fast schon so wie aus einer anderen Welt. Und natürlich, und ich glaube, das sieht man auch die 80er, also bin halt auch ein 80er-Kind, das kann ich nicht leugnen und ja, das hat mich auf jeden Fall geprägt. Ich könnte natürlich auch am Rechner irgendwelche Ilos machen, alles digital, aber ich mache wirklich digital nur, was nötig ist und alles andere analog. Ich bin eigentlich Handwerkerin, gelernte Maler und Lakiererin in Fachrichtung Gestaltung und und es liegt mir einfach im Blut. Ich mag das total, mit den Händen zu arbeiten, was zu erschaffen und einfach auch sagen zu können, hier, das habe ich mit meinen Händen gemacht. Es bleibt ja so ein Restrisiko beim handwerklichen Arbeiten auch. Klappt es, klappt es nicht, weil es gibt einfach keine Tastenkombi Apfel Z, mit dem ich einfach wieder zurückgehen kann. Das heißt, entweder habe ich das Know-how und weiß, wie es funktioniert oder ich muss halt experimentieren, wie ich es dann hinbekomme, dass es funktioniert. Und ich sehe das immer wieder als Herausforderung. Bei den Sprühfarben ist auf jeden Fall von Vorteil, dass man nicht los muss und muss sich einen ganzen Eimer voll Lack kaufen für die Spritzpistole, sondern man hat die Farben einfach in der Can. Am besten ist es, wenn ich genau weiß, was zu tun ist, also wenn ich dann nicht noch lange irgendwie rumprobieren muss, sondern weiß genau, okay, heute mache ich das und das und das, um eben dem Ziel, was ich mir vorgenommen habe, dann noch ein bisschen näher zu kommen. Auch währenddessen habe ich natürlich, ja, komme ich in so einen Flow und bin total bei mir, aber das Schönste ist dann eigentlich, wenn man aufhört zu arbeiten und sieht tatsächlich, okay, das habe ich heute alles geschafft. Das gefällt mir dann eigentlich, gefällt mir am besten. Das gefällt mir dann.